konnichiwa liebe youtube freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von the division 2 mein name ist heizaki und ja wir kommen immer stückchen stückchen weiter wir sichern langsam die zone downtown east ja das ist schon mal super kommen wir schon weiter wir machen jetzt hier den nebeneinsatz dann s hd technologie dann klauen wir den kontrollpunkt von denen das können wir nicht machen das level 26 26 die zwei fragezeichen machen auch da laufen hier vorbei und ja das sollte nicht passieren herr elgato ich weiß nicht du bist super schön alt ich habe noch die ganz ältere nicht elgato hd 60 sondern noch niedrig ich kaufe mir alles aber außer der elgato ja mein nächster ziel auf jeden fall für den nächsten monat wieder wie auch gesagt wie dann schon gesagt wir machen jetzt hier den nebeneinsatz damit wir hier komplett erstmal alles sauber haben und dann machen wir die haupteinsatz ziel ok da können wir eigentlich auch die fertigkeit doch mit dem weißen haus machen wie komme ich da rein hier spricht wirklich malic agent ich entschuldige mich für meine schroffheit das letzte mal und möchte mich bei ihnen bedanken dass sie mich vor den hyenas gerettet haben ich weiß dass das theater batterien braucht und ich weiß wo welche sind treffen sie mich im odia store dann zeige ich es ihnen malic ende wir haben im büro keine batterien gefunden agent aber das theater braucht welche es könnte einen versuch wert sein ok ja eine falle kann es nicht sein ich habe ihn ja gerettet also dankbarkeit wäre schön kann irgendwas nehmen aber ich finde es gerade nicht wasser ich muss niesen danke 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 so nochmal 24 wasser echo ich fasse es nicht mama immer gesagt ich wäre eine kakerlake oder so die meinte ich sei schwer zu töten bezweifle ich sind es deine freunde aber erst nachdem wir geredet haben so geheimnisvoll was bist du jetzt OGA genau darüber wollte ich mit dir reden ich habe einen neuen arbeitgeber und er sucht leute gute basis gefahrenzulage boni und du arbeitest mit echten profis ok und für wen würde ich arbeiten leute denen dieses land wichtig ist mhm das angebot kommt nur einmal odessa die zeit rennt das willst du dir nicht entgehen lassen ich habe einen eid geleistet und dabei bleib ich eine kakerlake versteht das vielleicht nicht tja das ist verdammt schade du wärst ein echter gewinn wir sehen uns scheiße das hoffe ich nicht haha hier hat sie noch ihre beide beiden also eine hat sie noch noch drin ja ok kann man von hier wieder rüber klettern muss ich den ganzen weg wieder zurück laufen ja muss ich weil da dräte dran sind ok ja habe ich doch schon habe ich doch schon so weit aber gut wir können immer noch weiter pländern ich habe voll gegen meine brille geschlagen ist immer noch ungewohnt mit brille zu spielen allgemein eine brille zu haben naja das ist ja wieder ein anderes Thema warte mal ich glaube das ist da oben oder ah ne das war das ne ich habe es immer noch nicht nichts passiert boah sorry da kratzt aber richtig was so okay vertreiben sie die hyenas und sichern sie die dachgärten hi hi captain hi 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 so dich habe ich du bist interessant noch versteckt da oben na los komm sehr schön ich könnte gerne hier vorbeikommen ich habe hier meine drohne doch nicht so ich glaube ich ja nicht ja wie kannst du mich treffen junge Ich würd grad sagen. Schauschütze! Mein erster Schauschütze-Gewehr. Bin ich mal entspannt. Kann ich das nicht? Ich hab doch ne Schauschütze-Gewehr bekommen. Hm? Habe ich die nicht? Ich weiß nicht. Ne, 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 ne. Ne kleine Ziffernrohr wär schon ideal. Aber das... Das geht nicht. Ich hab noch ne Waffe, wo denn? Ach da war das, okay. Ähm, ne, das funktioniert gar nicht. Natürlich nehme ich das. Neue Fertigkeit haben wir wieder. Ich glaub wir haben mehrere, weil wir haben... Wir sind Level 5 und wir haben bis jetzt noch keinen... Weißt du wirklich? Äh... Welche gemacht? Die Frage ist, kriegt man eigentlich jede Level ab? Ne, 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 ne. Fertigkeit-Punkte? Weiß ich gar nicht. Ähm... Okay, schaut rein. Klammig. Ah, da ist schon ein Schauschütz oder ist das nur so ein komisches Licht? Du hast mich noch nicht mal getroffen. Die Frage ist, tut das für dich weh? Ähm, ich kam von dort, oder? Da ist noch was Grünes. Hm, ja, gehen wir hier weiter rein. Blut. Blundern. Das ist bestimmt auch was. Blundern. 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 Er hat sich umgebracht. Wie dumm kann man sein, Leute. So, hier kann man auch looten. Er hat sich einfach in die Luft gejagt. Okay, das ist niemand. Es ist dunkel, okay. Ist das eine Basis von denen? Ja! Na komm da her, ich hab noch... Meine Falle ist noch hier. Na doch, es kommt. Oh, du bist so feige, ne? Ha! Nicht gemisch, Fräulein. Der ballert einfach so rum. Hat das auch erledigt, denke ich mal. So, gib mir was zum Looten. Sehr schön. Links oder rechts ist, denke ich mal, egal. Wut, das ist nicht. An uns kommt keiner vorbei. Verstehen wir jetzt die meisten Hainas. Durch diese Seite des Komplexes vor uns, sichern sie ihn. Okay... Oh! So, jetzt bist du dran, Schausschütze. Down bist du, mein Freund. Du bist down. Ich hoffe, ich komm so hinten lang. Meine kleine Babies. Oh, Hasch. Mau. Nicht mit mir. So, habt ihr aber was für mich? Im Ostteil des Komplexes ist noch Bewegung zu erkennen. Gehen Sie da hin und bringen Sie die Sache zu Ende. Äh, ich will erstmal da was looten, bevor ich hier weitergehe. Dann hier ist noch ein Loot. Explosion, Munition. Haben wir sowas? Explosion. Amor. Tag. Tag. So. Oh, da ist ja. So, was kommt jetzt? Munition wieder aufladen. Das ist eine Näh-Motion. Das ist ja fast eine ganze... Ich darf nicht sterben, sonst würde ich alles bestimmt wieder von vorne an. Gut, gut, blendern. Granate. Ich weiß immer noch nicht, wie eine Granate geht, ne? Okay. 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 Ich habe viele schöne kleine Spielzeuge. Oh, geht auch in Deckung. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht weiß, wie mein Granate so wird, ne? Äh, das fiel mein Freund. So, ich denke auf. Na klar, kommst du von der Seite, natürlich. Okay, der Wohnkomplex gehört uns. Spreng dich einfach selbst. Diese Gärten sollten das Theater konstant mit Nahrung und Wasser versorgen und er wird sich bestimmt freuen. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Jawoll. Hier ist er, hier rüber gekommen. Ah, okay, verstehe. Ich will gerne wissen... Nein, das ist es nicht. ich weiß immer noch ein spiel von granaten wirft das dreieck ist doch Dinklis komm schlüsse haben wir doch kein bock wieder zurück zu laufen und alle kästen von denen aufzumachen am ende sowieso nicht weiß mehr so hier habe ich angefangen gut geht es wieder raus ach das ist ein waschbär gewesen ich dachte es wäre eine richtig große oschi rate das ding kracht bald ein habe ich so das gefühl so das hier kann ich nicht da einfach durch natürlich nicht da geht es auch nicht ja ok bin ich hier richtig du musst mir den weg sein komm ich hier raus blut natürlich sehr wichtig ja ich komme hier raus ok sehr schön so oh so das geht mal schnell ja ich komme langsam klar ok bisschen feige von hinten anzugreifen aber ich muss helfen wo ich nur kann da ich schieße auch brauchen wir Hilfe da kam ich glaube ich etwas zu spät tut mir leid randy hier ist doch da unten worum So, da haben wir das. Okay, nehmt man das. So, das hier nehmen wir noch mit. Die Aufnahme sieht wieder gut aus. Bin zufrieden. So. Vor uns muss neiner sein. Okay, nicht nur einer. Wir sind hier doch. Vorgang angehalten. Eben nicht. Von hinten. Hm. BAM! Wo ist denn das wieder? Ähm, da war das. Ach, das ist jetzt unsere Radiosendung. Okay. SVD. Gucken wir mal schnell, was das ist. S. Uff. Uuuuh. Wir haben ein mieses Scharfschützegewehr. Boom. Versteht dich das? Natürlich die. Was stand denn da nochmal? Hm. Brauche mehr Rüstung. Ja, und das, äh, ja. Nehmen wir wieder in der nächsten Folge auf jeden Fall auf, denn wir machen jetzt einen Cut. Und, ja, wir haben jetzt ein Scharfschützegewehr. Mal sehen, wie wir den Einsatz bringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, unter den Videobeschreibungen sind meine solche Medien verlinkt. Und lass mal da was Nachrichten oder, oder Like, oder wie ihr auch gerne wollt. Und zu diesem Video gibt ein Däumchen nach oben oder nach unten, damit ich Bescheid weiß, wie es euch gefallen hat. In dem Sinne, äh, bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Shelsaki und bis dann. Peace. Peace. .